Mit dabei der Sören, wie man schon hört, der Sorka, und zwei Pisser. Oh, so wieder. Ah, ein Pisser schon wieder da. Ich sag Pisser, weil die auf Twitter gerade waren. So, wir spielen Oriana, Blitzcrank, Kart 6, Nocturne und Wayne. Egan, Fiddlesticks, Garen, Blitzcrank, Varus und Morgana. Oriana hat schon mal kaputt. Ja, voll kaputt. Voll kaputt, ja. Kaputt. So, ich bin wieder da. Ja. Du bist kaputt. Also den 9-Champ habe ich noch nie gesehen, aber der i-Shoot, die wird das schon machen. Der ist kaputt. Du bist kaputt. Du hast eine Morgana. Ah, ja. Und ich habe einen Garen. Die Morgana kann man aber fertig machen, das ist kein Problem. Ich komme vorbei und dann hauen wir den voll einer auf die Mütze. Aber, aber David? Ja, David kann nichts, das stimmt. Ja. Okay, Farben hat er von mir gelernt, aber naja. Ja, 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 ja. Ich hätte gerne Hilfe bei den Wölfen. Jo, jo. Und einen richtig harten Pull auf Blue, sodass ich keinen Smite für Blue verbrauche und dann direkt zu Rot gehen kann, also zu Rot gehen kann, mit mir den wegsmiten kann und dann direkt oben gängen kann. Da muss die Botten mithelfen. Ja klar, da muss die Botten mithelfen, das ist klar. Ich helfe nur bei Wölfen. Du kannst bei Wölfen helfen und du pullst Blue. Ich hätte gerne einen frühen Gang-Bot. Ja, das geht nicht, dann müsste ich bei Rot anfangen. Dann müsste ich das umgekehrt machen. Und dann habe ich kein Mahnach. Catch up, bitte. Also ich komme direkt, nachdem ich dann Top gepusht, einmal gegankt habe, wenn es dann geht, port ich einmal zurück und komme dann runter. Ja, ich will immer noch Pommes Rot. Was willst du? Pommes Rot. Ich kriege Rot. Nein, Pommes Rot. Ihr redet die ganze Zeit, ich will, ich will, ich will und ich will Pommes Rot. Ja, dann hol dir doch Pommes Rot. Pommes Schranke. Ja, genau. Zevo ist Pommes Schranke. Danke. Look at my scarf. My scarf is amazing. Achso, Entschuldigung. War Aros in der Mitte? Glaube ich nicht. Hä? Nee, nee, das glaube ich nicht. Dann ist ja Morgana oben, oder das Support. Nein, nee. Doch, das könnte, nee. Support ist blitzig. Ihr beide helft, ne? Bei dem Geistern am Pulch durch Geist nur. Ja. Ich glaube, die sind betrunken. So, und die Zürcher hat erstmal geschlafen. Hä? Warte, wieso spammen die? Ich habe draufgehauen. Ja, nachdem der eine schon fast tot war. Ich stelle nur hinter mir, dass du das nicht gehörst. Mehr Schaden, mehr Schaden, mehr Schaden. Alles klar. Kannst du es aufhalten? Nein, ich will ja eh wieder eben nicht meiden. Das war ja gerade der Sinn dahinter. So, über den passt auch nicht auf, wenn ich was erzähle, ne? Okay. Da. Danke. Alles gut. Jetzt mache ich die Schnerette und dann komme ich Garen, also push oben nicht so viel. Last City only. Okay. Ich könnte auch mit die Gängen, jetzt ruhig ich mir gleich noch aus. Mal gucken, wie Morgana was hier macht. Ich pusht aber auch nicht die Morgana, oder? Ich überlege gerade, was es besser ist, gegen Garen eben zu pushen, oder gegen Morgana. Also, was da besser ist. Meine Crew macht wirklich damage, also. Last City kann ich auch nie. Mach nicht zu viel Schaden an ihn. Nein. Nein. Ah, jetzt fängt er zu pushen. Bist du noch nicht. Bist du noch nicht. Oh, gib ihm, gib ihm. Ah, 6er Flash. Nein, nein, nein. Hat er, hat er wenigstens Flash er braucht, ist doch gut. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Ich komme eben kurz über die Mitte und dann komme ich hier unter den Bot. Ja, mein erster Fail. Ja, du hast es zu früh gemacht. Warte, bis ich da gehe. Wir hätten locker umgehauen. Nein, ich wollte einen Minion. Wir haben übrigens, Bot, keine Wards. Na, wieder ein Flash raus, sehr gut. Ich habe schon zwei Flash rausgehauen heute. Echt? Ist gut, ne? Ja. Hm? Demnächst wird ein Flash-Counter eingezählt. Minion verpasst. Flash-Counter, genau. Wie viel Flash hat der Jungler rausgehauen von den anderen? Oh mein Gott. Ich komme sofort, Bot. Eben die Wölfe einmal zwischendurch. Jetzt komme ich beim Farmen gar nicht mehr weiter. Puh. Der wird auch ein Flash-Counter. Dein eigenes oder? Ja. Warum? Nein, das reicht nicht. Der hätte mich fast kaputt gemacht. Ich komme. Loll, 17 Farms. Pass auf in der Mitte. Morgana musste weg oder was? Ja. Ja, ja. Der habe ich jetzt gesehen? Ja, blitzkrieg mal hier. Ja, blitzkrieg mal hier. Jawoll, den haben wir schön. Jetzt kann ich es schon mal nicht mehr versammeln. Ne, das war gut jetzt. Da habe ich jetzt ein bisschen irgendwas von diesen ganzen Gangs gehabt jetzt. Ich habe nicht erwartet, dass ich es hier noch bekomme. Also, er ist jetzt gekriegt oder was? Pass auf. Nein, Alex ist dann weggestoßen. Oh, ich habe mir die falsche Schuhe gekauft. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Das muss ich gleich wieder verkaufen. Irgendwann. Obwohl, ich gehe die Schuhe. Ich wollte ja Tanki gehen. Das ist das Problem. Sonst wäre die Schuhe okay. Aber, hm. Na egal. Das bleibt es erstmal so. Mal gucken. Wenn ich nicht klarkomme, tauche ich die Schuhe aus. Und ich bin tot. Boah. Machst du top. Alter. Wir machen das selbe. Gut. DE. Ich dachte, der neue Champion wäre so gut. Ja, aber Garen ist auch gut. Nur noch einen pinken. Soll ich den Fluss? Ja. Garen ist scheiße. Vielleicht den lieber hier auf. Jetzt mache ich den Garen. Jetzt habe ich den hier fertig. Jetzt hat er viel mit der Fall. Ich glaube, das war's. Das war's. Ja, ja. Keine Wars. Ist doch schön. Auf jeden Fall den zweiten Blue. Ah, ja. Okay. Gib ihm nicht. Bitte. Ich bitte. Du musst jetzt gleich kommen. Zweite Blue. Oder kommt er nach 5 Minuten normalerweise, oder? Stimmt. Stimmt. Kommt er. 27, weil du ja Part-Cool geworfen hast. Ja, richtig. Dann gehe ich mal zu deren Blue. Kommst du, top, kommst du mit zu deren Blue? Ja. Ich hoffe, ich wird's kaputt. Ah, lehau nicht kaputt. Ohhhh. Ja, ich bin bereit. Toll. Soll ich mich kaputt haben? Hat er gewordet? Ne. Muss er. Ich hab kein Gold dabei. Ich hab grad nur alles wegen mir. Ja, ich komm zum Blue. Warte. Müsst du schon wieder da sein, oder? Der müsste jetzt gleich kommen, auf jeden Fall. Ja, ja. Oh, das ist genau gleich wie deine. SS. Organe SS. Okay. Krieger da. Aber wir müssen den Blue schnell machen. Komm mal, ähm. Wann kommt der denn? Der müsste doch jetzt gleich kommen, oder? 7... 27 ungefähr. Oh. Viertel. Scheiße. Ich versuch's zu kommen. Ich versuch's zu kommen. Ich versuch's zu kommen. Gut, ich bin weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich kann nichts machen. Ich hab einen gut drauf gemacht. Der macht... Das hat wirklich Damage. Also von oben kommt Garon. Von oben kommt gleich Garon. Und Garon kommt gleich auch noch. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Oh mein Gott. Ich hab doch gesagt, geh weg. Ja. Oh. Oh. Hm. Wann haben die da gewordet? Oder sowas. Oh, die haben schnell reagiert jetzt. Verdammt schnell. Hat der Garon hier gekriegt, oder? Keine Ahnung. Verdammt, verdammt. Verdammt. Garon 1.0. Ich will nach Veröffentlichung da kannst du blau haben. Wer sagt, Trucksuit hat noch blau? Ich, weil ich auf Deutsch spiele. Ich bin auch auf Deutsch, um langsam. Ich sag auch manchmal blue, manchmal blau. Das ist mal so, mal so. Oh, ihr müsst gut. Ja. Kommst du, kommst du blue? Jo. Der ist schon level 6. Der ist level 6. Der ist level 6. Hm? Kann weggehen. Okay. Versuch einfach. SS Mitte? SS Mitte? Ja, die wird sich blau holen. Soll die raus? Soll die raus? Soll die raus? Fürchtest du mich, Beschwörer? Ja. Hat sie blau, ne? Hat sie nicht, ne? Komisch. Dann ist er jetzt im Nachteil gegen dich. In der Mitte. Wenn du dich nicht dann lässt, dann machst du sie locker fertig. So. Das kann denn deine Ulti da oben von dem neuen Champion? Ich hab da oben nichts von gelesen. Also, ähm, ich kann dann eine Attacke von mir, ähm, eben trainieren oder so. Das heißt, zum Beispiel meine Ulti macht sich anders aus, dann bin ich tot. Ich hab im Moment grad meinen Q verbessert, also die ist jetzt entwickelt. Jetzt hab ich ne größere Klaue und mach grad damage und so. Okay. Danach entwickle ich meine Ulti und danach meine E. Weil das bringt's am meisten. Wie? Sag ich zu, du meinst mal. Hä? Deine Ulti entwickelt irgendwelche Fähigkeiten. Immer zu, oder was? Ja. Das bleibt dann so. Ja, genau. Soll. Dann hat sie noch ne Fähigkeit, dass sie sich unsichtbar macht. Jetzt geht die Blumen machen. Echt? Dann macht sie sich unsichtbar ganz kurz. Und? Und, ähm. Ne, die hier ist sie. Und schnell. Verdammt, warum ist sie nicht gekommen? Wir hätten nie gekriegt. Halt mich an. Greif's an, wenn du kannst. Ich kann reinspringen. Na, weggeflasht. Echt? Oh, Viertel kommt von hinten. Laut. Einfach weg, einfach weg, einfach weg, einfach weg. Der Gary kommt immer so lucky weg, ey. Angst vor der Dunkelheit? Ja, jetzt hält er sich wieder mit seiner scheiß passive voll. Ja, du musst immer, auf Geron musst du immer Schaden machen. Wir sind schon durch, das geht nicht anders. Hat er ja Blue die ja Viertel gehabt? Nein. Hä? Haben die jetzt Blue nicht gemacht oder was? Ja. Okay. Gott sagen kann nicht sein, dass er nicht Blue gemacht hat. Oh, pass auf, Viertel. Top, 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 pass auf. Renn. Ja, ich hab doch gewordet. Ja, ja, aber... Sieht nicht so aus, als würdest du auf dein Wort reagieren. Ja, darfst du nicht. Kommst du dann? Wollen wir uns nicht damit gemacht? Ich bin fast tot. Hast du nicht weggekommen? Ah, jetzt. Ich nehm zwei Tränke, ist okay. Ich hab auch. Ich hab für den Laut eh wieder ab, oder? Ja. Ja. Pass auf, bitte. Ah, das ist nicht mehr da ausgekloppt. Dann... Pass auf, Mitte, pass auf, Mitte. Ja. Oh, Taro ist echt. Ich hab dir gesagt. Geh weg, die sind beide da. Ich entkomme. Ich weiß, dass die da sind. Und? Kein Mann, ich hab keinen Garne. Ich hab weder Exhaust. Geh mal drauf. Einfach weg, nein, nein, kein Arana. Ja, aber lass mal den Minis, bitte. Ich hab sie nicht kaputt gemacht. Wow. Achtung. Ich hab gar nichts. So. So. Wenn du kommst, dann mach einfach. Gar nicht mehr. Ich hab sie nicht kaputt gemacht. Er ist mit Ulti rein. Boah, geht mir auf der Eier. Ich haue ihr ab. Naja. Wir machen das schon hier oben. Das ist nicht. Ich mach Schaden auf den Garne machen, das ist wichtig. Ja, wird's schon in der Zug raus. Guck mal, irgendwann wieder top, wenn ich... äh, Bot, wenn ich hier oben fertig bin, ne? Ich glaub, die wollen Dauer daheben. Ja. Wollen sie. Auf jeden Fall. Ja, schön, schön, Bot, da muss ich ja nicht kommen, das ist gut. Ja. Ah, für Scheiße. Double-Kill, oder? Nee. Hoffentlich nicht. Pass auf, ähm, Morgana, wo du siehst, wie der SS. Oh, ja. Da ist Morgana wieder. Dann kommt der nächste Buh wieder. Ich hab keine Ahnung, wann hast du den gemacht? 10, 30, wenn du ihn direkt 37 gemacht hast. Hat er, hat er nicht. Dann ungefähr 11, 12 müsste es kommen. Wir haben schon 13 gleich. Ah, ja, dann kommt's gleich. Oder es wird schon gemacht. Nee, nee. Dann wäre bei uns noch sichtbar, also... ... ... ... ... ... ... Ich mach Wölfe und dann komm ich bot. Das wird gleich weggehen. SS. Wieder da. Ja komm raus. Ich hab mein Rufe da. Morgana ist halt schwer zu gegen, weil die hat immer Flash und kann ihr Schild machen und so. Das ist echt kacke. Ich hab die Aut gefahren oder so. Ich hab die Aut gefahren oder so. Ja, ich renne einfach mal weg. Kann die für sich raffen voll. Kann schon gehen. Geht's schlafen. Ja, Morgana ist halt Blue machen. Ja, Morgana macht Blue. Ist Viertel oben bei dir oder so? Ja, ja, ja. Aber ich würde ihn kaputt machen, wenn er kommen würde. Schade, Rot von denen ist nicht da. Jetzt müsste doch Rot grad wiedergekommen sein. Lol. Sehr gut. Ich glaube bei dir rennen wir rennen Red, ne? Achso, Viertel. Ne, unten habt ihr einkommen. Ich hätte immer noch keinen Blue. Umso besser. Freu dich doch. Oh. Irgendwie ist der Blue, äh, hat irgendwie ganz breit Piddle. Ja. Oh, das ist cool. Ähm, Piddle kommt. Ich kann auch reinkommen. Ich kann auch reinkommen. Okay. Dann ja. Ja. Ja, ich kann auch reinkommen. Ja. Ja, super. Ich kann auch reinkommen. Was macht ihr denn da oben? Da oben sind sie immer verkreift. Sonst kriegt er mich nicht. Tja, dann musst du vorsichtig sein. Vorsichtig beim Tower Dive. Die werden sich jetzt mal einen Red holen, denke ich, aber gut, die wissen gar nicht, dass ich die einen Red gemacht habe. Ich hab so wenig Farm, ey, ich hab so wenig Farm. Oh, Blitzcrank ist Items, ne? Fick ich nicht. Loli, mach nicht unseren... Oh, Oriana an der Mitte. Ja, wir hätten jetzt sehen müssen, dass die da unten gegangen sind. Renne einfach. Guck mit, Alex. Job. Loli. Ah, sauber. 15, 15, 15. Perfekt. Nice. Ah, lol. Das hab ich geknallt. Hast du das aufwand? Ne, hab ich nicht hingeguckt gerade. Warst du da oder warst du nicht da? Ne. Ah, schade. Glow Recorder for the win. Hallo. Das kann ja jeder. Kannst du den hocken? Oh. Geh da weg. Da hat er mich ausgetrickst. Hat er mich ausgetrickst. Hat er mich ausgetrickst. Okay. Da ist er wieder bei dir. Viertel SS, oder? Ja, im Jungler. Der war doch tot, ne? Oder? Ja. Ich kann mich wieder holen. Dann können wir noch lange gehen. Ja, Garen geht wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, irgendwie. Was? Was? Machst du da oben mit den, Garen? Kannst du mit dem? Link dran, du hast kein Tower mehr da. Ich bin in der Mitte. Bündel, komm bitte. Ey, Mann. Das regt mich so auf, dass er immer so leicht wegkommt. Ich hab doch extra Worte hingestellt, Mensch. Was? Was? Machst du? Hast du Ulti? Ja. Ne, Ulti hab ich nicht. Nein! Und jetzt ist er auch noch. Jetzt hab ich Ulti. Super. Jetzt kommt er sogar noch weg. Oh, Mann. Das reg ich so auf. Will ich weiter drauf bleiben? Ja, Mann. Ja, Mann. Viertel kommt, Gott. Viertel ist Gott. Genau. Ich könnte aus... Ich bin richtig auszupacken. Viertel ist hier. So schlicht. So schlicht. Ich geh wieder hoch. Der Viertel hat keinen Busch. Wo, 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 in welchem Busch ist er? Da? Unten beim Drachen oder was? Ich glaub, der ist doch. Der kann, glaub ich, schon Solo-Dreck machen. Denk ich auch. Wow. Also, ich könnte Solo-Dreck schon machen. Deswegen kann er das auch. Aber da war er gerade. Ja. Okay, das ist doch gut. Ich kann mir das ja selbst. So schaffst du nicht mehr wegzukommen, oder? So. Bist du mein Alter? Guck mir. Ja. Mir ist noch ein bisschen genug. Da komm ich nicht dran. Was? Was? Lass ihn weglaufen. Wir hol den hinten rum. Okay, der fühlst sich dann sicher, wenn ich nicht hinter ihm herlaufe. Warte, mach Drake. Weil er ist ein Tod. Garen ist es. Hörst du so. Ah, der ist unter dir. Schwenk. Komm mal her, Drake machen. Hilf mal mit. Dann geht's schneller, als wenn ich ihn alleine mache. Oh, ich hab keinen Heiltrank dabei. Verdammt. Ja. Nachmachen mit deinem Such. Oh, bitte. Äh, geh bitte, geh bitte. Ich mach das alleine. Geh bitte. Nachmachen mit deinem Such. Ja, den wirst du alleine machen müssen dann aber. Dieser Ort widert mich an. Komm ich jetzt mal wieder top babysitten, sonst weghack ich's. Mhm. Noch mehr als sonst. Ich mach jetzt nicht gut. Ich bräuchte einen Teamfighter, könnte ich vielleicht gehen zu machen. Hä, Garen ist halt schwierig, ne? Ja, haut ja mal ab. Ja. Obwohl das eine lange Lane jetzt ist, äh, muss er weit rennen. Oh, was macht Garen denn hier? Die haben ihn geordnet. Ja. Ja, schön. Und lass mal weg. Die Ehe holen. Oh, gerade ist er noch angekommen. Garen ist nur noch angekommen. Ist doch noch klein. Ich push weiter. Sorry, Leid. Du hast den Garen aber auch schon gefeedet, ey. Das ist ja... 8, 9, 9 nix verloren. 8, 9, 9 nix verloren. Level 13 ist der, ich bin Level 10. Noch kein Tor. Daraus kommt mal hoch, wir machen mal den Dings fertig. Und Garen. Versuchen wir einfach mal. Der ist zu tanky, man. Der, der, der kommt hier erstes Nix. Ein Last Whisper. Der macht hier jetzt noch mehr damage. Wir haben die CC. So, pass auf, der kommt jetzt, der kommt jetzt zu dir oder so. Soll er kommen? Da ist er. Du, ich stelle er ist. Siehst du wie stelle er ist? Das machen wir nix. Ich bin stelle. Ja, Morgana. Geh nicht hinter, geh nicht hinter. Geh weg. Ne, mach es nicht. Bist du mein Alttraum? Oder bin ich der dein Lieblings? Garen ist immer noch erstes, was soll. Garen ist hier. Da. Viertel unten. Könnte aber, der geht glaube ich jetzt Mitte. Will ich in der gehen? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Das Licht verblasst. Weiß mal was das. Deswegen habe ich es wieder ausgemacht. Das ist so scheiße damit zu ziehen. Garen ist gut. Wo ist Garen? Der ist in der Mitte. Oh, Morgana, pass auf. Ich bin weg von dir, ne? Ihre Impfung. Angst vor der Dunkelheit? Bei einem Hooks kommt mich angeflogen. Wo ist er jetzt? Dann werde ich in den Tower gehockt. Pass auf, Garen ist weg, wieder weg. Garen ist in der Mitte. Ja, ich bin nur reingesprungen jetzt, damit er plötzlich nicht stirbt. Nichts mehr in der Hand gehen, geh weg da. Drei in der Mitte, drei in der Mitte. Kannst oben pushen noch. Die werden so und so jetzt... Ja, wir pushen jetzt weiter. Was sollen wir sonst machen? Ja. Da kommt den. Truth. Garen ist auf, in a tower... He beahre vom Tower! He beahre vom Tower. He beahre vom Tower. Hau, Hau auf, in a tower, ha auf, in a tower, he beahre vom Tower. drauf jetzt. Ja und? Muss einfach nur wegschießen. Egal. Sicher, sicher jetzt. Nicht, dass er noch zwei Kills krieg ich deswegen. Oh, renn da oben, renn. Du lässt dich ja immer von den beiden erwischen. Ja, ich habe dreimal Muti benutzt. Einmal, ähm, einmal E. Da habe ich noch einen Flash benutzt. Wann kommt der Dragon wieder? Weißt du, hatte ich mal einen Timer gesetzt, wenn ich ihn gemacht habe? Ne, ne? Warte, ich sag's dir. Ähm, um, wann kommt der Dragon immer? 24-6. Ja, okay. Genau, also kommt er gleich wieder. Ach, komm ich schon. Ja, lass uns mal ein bisschen weiter die Uten aufhalten. Ach, hätte ich das Wort nicht auf den Red stellen können und nicht gucken können? Nein. Auf was? Naja, ist okay, passt schon. Hey, beschwer dich, was fühlst du? Ne, ist gut. Oh, 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 Jungs, 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 Jungs. Der Garen, hinter mir. Die kommen alle. Oh, oh, oh. Ja, die wollen auch Dragon machen. Der hockt den Dragon gleich aus. Guck mal, alle hier so ein bisschen bei uns zu drücken. Hier ist alles gut bei uns. Das dauert noch eine Minute bis Drake, ja. Du hast sogar 24-6 oder nicht? Nein, 24-6. Ach so. Wirst du mich beschwören? Ich will mich nicht hucken lassen. Ich will nicht weiter wiegen. Wirst du noch nicht müde? Ich hoffe, ich denke sie jetzt wird ein Dragon schon gemacht. Aber wir haben sonst toppen, kein Problem. Ja, ich geh top. Weißer Blister, oder? Oder nicht? Aber die sehen ja, wenn er gleich wieder respawnt. Ich geh top. Ich geh top. Ist doch Morgana. Oh, du fach. Nee, nee, nee. Du, 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 du. Ah, nein, ich mach hier. Ich bin tot. Da mitten drin, ne. Ich mach Dragon, haltet die da auf. Ich mach Dragon alleine. Pass auf, Phil ist da, ne. Das Licht verblasst. Halt die noch ein bisschen auf. Nicht sterben und, äh, aufhalten nur. Nicht den Garen zu mir lachen, nein. Stopp. Du kannst ihn einfach rufen, kannst ihn einfach rufen. Geh weg, geh weg. Stopp. Geh weg, geh weg. So, jetzt Dragon. Aha. Dragon hab ich schon gemacht. Da ist kein Dragon. Da ist kein Dragon mehr. Den hab ich schon schüttendurch gemacht. Nur noch Blitzcrank grebst. Ja. Einfach um Tor, einfach um Tor, einfach um Tor. Ich mach nächster. Ich geh zu dir am Blue. Das müsste eigentlich auch wieder da sein. Nee, lass mir nichts dran. Ich mach jetzt meinen Blue, erst mach ich die Wave hier weg. Ja, ja, alles klar. Boah, Stress hier, ey. Ich spüre vor. Komm, kritze doch ein bisschen, ey. Wofür hab ich denn dieses scheiß Ding? Jawoll. Ich hab deren Blue. Na unseren. Na, renn, renn, renn. Ich mach Geister, okay? Okay. Der Große ist eh weg. Dreck. Wie, war der Große nicht da? Ne. Wer hat den denn gemacht? Oh. Oh, oh, oh. Dieser Ort widert mich an. Ich glaub die Kaffee war grad hier, die Angel, den können ich echt gebrauchen. Wann kommt Dragon wieder? um 25.34 wurde er getötet und ich weiß nicht wie die Stormzeit wieder 6 Minuten wo ging er jetzt hin? haben wir nicht gesehen, dass die Dragon gemacht haben? waren wahrscheinlich zu viele beschäftigt ach, dann gleich wollen wir auch einfach nur hier Taten ja siehste? ja, ja kann sein ja, die bleiben jetzt im Team aber wir sind ja auch zum Glück vier hier hat auch jemand ein Wort? ich meine, ich hab da unten hingestellt ich brauch noch einen oben wegen dem Viertel nein, lass dich doch nicht hoch können ich hab mich uns nicht mal gewonnen alles klar, lass uns doch pass auf dem Viertel auf, der Viertel ist immer noch da im Gewüsch, wir haben da keinen Wohrart stehen irgendwo ist der bestimmt hier ne, ok bei Ulti war der Viertel drüber, ja ich bin weggekommen du musst noch nicht mehr ja, wir müssen noch ein bisschen mehr um kämpfen damit die nach unten gehen, weil unten haben wir ein Wort Wenn die dann da... Ja, ich mach Top, Wave, okay. Plätze die Wave in der Mitte, Top. Ja, dann solltest du schon bei uns bleiben. Die sind alle 5,4. Ja, ich wollte eigentlich Wave, 5,4, Wave. Ja, push oben zurück, push oben zurück. Dann müssen wir nur, dann müssen wir nur... Geh oben pushen, dann müssen wir nur ein bisschen zurückbleiben. Starten dann mit die Morgana. Die Morgana. Du siehst, du hast jemanden. Ja. Treib die mal ein bisschen zurück, dann kann ich... ...voll auf Viertel gehen. Dann kann ich den auswachen. Wollt ihr wohl, lieb ich drauf gehen und... Geist. Die Macht der Wards. Ich fang. Und ich komm jetzt noch drauf. Ja, Fetter. Den Gang, den Gang, den Gang kaputt, so, okay. Ja, push mich genau, das ist eine gute Idee. Fetter kill. Oh, ich komm nicht dran. Fetter, Fetter. Vierfachttötung. Oh, den wird nicht tot. Was ist das? Weil du mir alle Kills geklaut hast, deswegen hast du die Verschöpfung gekriegt. Der ist weggegangen. Gerade, dass du keinen Penta kriegst, glaubst du hier. Der ist nur weggegangen, damit du keinen Penta kriegst. Deswegen hab ich gesagt, oben kämpfen, damit der Fiddle da unten in den Busch reinrennt. Weil wenn ich da draufgehe und dann auf mich seine Stille macht, dann hilft das gar nichts, weil ich ja sofort mit meinem Schild reinspringe. Dann ist das schon, der Kampf ist so gut wie gewonnen, der Kampf. Ja, bloß kann ich beide Tower retten. Oh, Morgana. Nein, nein. Nein. Gegnerische Doppeltötung. Oh, nein. So, jetzt hab ich Flügel. Flügel? Ist das nicht? Gut, dass ich mir den Schirm schon gekauft habe. Ich muss den im Moment auch mal zocken, ey. Das ist lustig, man. Der fändert sich richtig vom Aussehen her mit seiner Ulti. Gegen seiner Ulti. Die würde ich auf jeden Fall auf drei machen. Gehe Resistenz. Gar nicht eine ähnliche Schleier. Gar nicht eine ähnliche Schleier. Schönen wir mal, Aegis. Kann ja überweit springen. Ich hab mir, ähm... Randeuings holen, ne? Top pusht gut, das ist schön. Jupp. Ich hab wieder Geister. Die machen Dragon, äh, Baron. Baron. Soll ich rüberspringen? Ich hab den kaputt. Warte, ich stell den Worte rein, dann sehen wir's hier. Seifelig, aber... Ja, sind sie. Oh, ich spring. Reiner, reiner, reiner. Oder? Oh, ich konnte nicht reinspringen. Nein. Ja, super. Ich konnte mich beeindrucken. Ja, wir haben... Dafür ist ja jetzt Sorka da. Er muss jetzt alles aufräumen. Ja, ja. Zweifach. Wir könnten sie denn bei so einer Situation Barrel machen? Das war nur dumm von denen. Wir wollten baiten, aber... Da oben ist der Fünfer. Da oben ist der Wender. Also das war echt dumm von denen. Wir sind alle am Leben und die versuchen das zu machen. Ehrlich? Gut. Ne, das war wirklich gut. Gut auf jeden Fall. Ja. Dazu waren auch die Top-Lane von uns gepusht, also bitte. Lächerlich. Und das haben die jetzt verloren, weil sie Barrel machen wollen. Wir hätten jetzt zum Beispiel Free Dragon machen können. Die sind nämlich alle tot, aber... Oh, ähm, wir holen einen, ähm... Ich kann auch dann gar nicht viel auf den Weg, so. Dankeschön. Oh, verdammt, ich hab kein Sound mehr. Ah, ich höre euch nicht mehr, ne? Ist auch besonders gut für die Aufnahme. Lalalala, ist schön ruhig hier bei mir. Ich hab gar nichts mehr. So, da ist das Sound wieder. Ah, Gott sei Dank. Hört ihr mich noch? Okay, im TS habe ich keinen Sound, aber ich hab zumindest schon wieder Spielsound. Schon mal die erste Hälfte schon wieder geschafft. Bei mir seid ihr alle gerade übrigens auf Dauer senden. Ich weiß ja nicht, ob ihr mich hört. Schreibt mir mal, ob ihr mich noch hört. Nein, gut. Ihr seid im TS alle bei mir auf Dauer senden. Das ist geil. Ja, äh, gut. Dann hört ihr nur noch mich und die anderen nicht mehr. Das war jetzt für... Scheiße. Ich muss mal hier ganz kurz raus, das hilft ja nichts. Kann man eigentlich aus dem Spiel ja... ...auswitchen? Ich kann nicht gar nicht. Auch jetzt. Ich verbinde jetzt gerade im TS 9 nur für euch, damit ihr das wisst. Oder auch nicht mehr. Jetzt meint ihr jetzt ganz abgestürzt. Hallo. Der ist so, bist du. Ja, jetzt machen wir Teams wieder mal neu auf. Ist kein Problem. Ich hoffe, ihr seht, das Spiel jetzt noch mittlerweile müsstet ihr eigentlich noch. Vielleicht auch nicht mehr. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung gerade. Ist alles so live hier alles. So, ist John Wayne Channel. Sag mal was. Aber ich höre euch wieder gut. Muss ich mit meinen Fans alleine reden hier. Weil wenn ich euch nicht höre, die ihr euch bestimmt auch nicht. Ich hoffe, die haben mich noch gehört. Ja, ja. Ich meine, ja. Ich meine nur, also ich gerade auch ganz... Ja, ist egal. Habt ihr die fertig gemacht? Oh, da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Wenn ich ihn sehe, komme ich angesprungen. Wenn ich ihn sehe, komme ich. Wo ist er denn hin? Ist er versteckt? Ah. Nein. Du hast top-gefeeded. Du kriegst kein Pentacle. Wenn er kriegt sogar den Pentacle, den haben wir mich schon hochgefeeded. Jetzt hat er so viel Kills gekriegt. Dann war es der Hinterste, das ist doch normal. Komm, wir machen unten in den Tower. Wayne, kommst du mit? Wayne, komm mal mit mir. Sorka, komm mal mit. Jetzt komm mal runter, Sorka. Ah. Instant! Ein Schuss, dann war er weg, oder was? Hau ab, ja, hau ab. Ich komme nicht mehr weg. Oh, er hat sich verkrömmt. Ich komme weg, ich komme weg, ich komme weg, weil er sich verkrömmt hat. Ich weiß, ich muss jetzt nur noch... Ich muss jetzt eh defen. Vielleicht kriegen sie noch einen Tower Down, aber das ist egal. Danach müssen sie Deffen gehen. Ich stelle gleich mal einen neuen Wot bei Baron auf. Baron. Baron. Aber es ist nicht schön gesaved. Er hätte es auch nicht gebraucht. Ich glaube, ich wäre so weggekommen. Weil ich habe gewartet, als er gehuckt und dann hätte ich meinen W gemacht. Genau im richtigen Moment. Du weißt doch, dass ich ein Schild habe. Ich glaube, die machen Baron, oder? Wayne ist nicht da. Wayne ist nicht da und ich... Äh, nicht Wayne. Machen wir doch einfach hier. Genau, ist auch eine Idee. Garon kommt. Das ist eine gute Idee, wenn du mich hier raushuckst. Das ist genau das, was man machen muss. Den Tank, den Tank gucken. Und Tower kommt, Wayne kommt mit. Anne, Anne ist nicht mehr da, ne? Dann kriegen wir den Tower nicht down. Also, dann kann ich hier nicht tanken. Hoekfehl. Ja. Gewonnen. Tschüss. 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 Wir dürfen nicht n Окped sind. Tschüss. 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 Vielen Dank.